Mit einer besonderen Attraktion startet der SV Absam den diesjährigen Nachwuchscup 2013. Ein Hubschrauber bringt den Matchball direkt in die Sportanlage Absam und wird damit auch zum großen Bestaunobjekt der Nachwuchskicker. Der Nachwuchscup ist schon ein traditioneller Sport-Event der SV Absam Nachwuchsabteilung. Zahlreiche Mannschaften der Kindergartengruppe U8, U9 und U11 nehmen auch an diesem Jahr am Cup teil.